Hallo liebe Spieler, euch werden viele Informationen vorenthalten. Seit 2006 existiert keine Auszahlungsquote mehr. Geld wird in Punkte umgewandelt. Dies desselbe nach die Automatenindustrie zockt uns eiskalt ab. Und wird vom Staat nicht aufgehalten. Die Spielverordnung ist für Geld geregelt. Jedoch wird dies durch die Punkteumwandlung ausgehebelt. Wichtige Informationen sowie den Auszug aus der Spielverordnung findet ihr in der Beschreibung. Seid ihr es nicht auch leid ständig zu verlieren? Euer Geld an Abzuckerautomaten zu verbrennen. Online-Casinos sind die neue Revolution. Dort spielt man mit einer Auszahlungsquote von 98%. Das könnt ihr selbst in den AGB nachlesen. Da es schwer ist die Besten davon zu finden, haben wir euch eine Übersicht der seriösen und lizenzierten Nobolein und Merkur Casinos in die Beschreibung gelegt. In denen kriegt ihr einen ordentlichen Bonus auf eure Einzahlung. 2. 3. 5. 6. 5. 4. 6. 7. 7. 8. 10. 10. 11. 11. 10. 11. 11. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020